hey leute und dann willkommen zurück zu einem weiteren video und auf diesem kanal sofort und gleich und ja lolle wir spielen heute wieder fortnight battle royale und springen gerade nach retro in einem ganz entspannten solo match hier ist immer kein solo besucht aber ein ganz normales also wir haben jetzt ja in der letzten zeit weniger videos gebraucht das lag daran dass ich dass ich ein paar bisschen stress mit der schule hatte also ich muss viel lernen arbeiten und der typ versichtlich auf jeden fall zu klicken down okay so dann gucken wir mal ganz kurz dass wir hier okay ein moment leute so jetzt könnt ihr auch mal in game stand Bohnen Tone? Was ist denn das für ein Typ? Das ist ein Dong-O-Pan Okay, ähm... So... Hier muss man fast das hoch Ähm... Lief jetzt eigentlich ganz okay Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch mehr Gegner in Rituro Wäre auf jeden Fall ziemlich nice Und ähm... ja Leute, bald fangen bei mir auch die Sommerferien an Und dann wird mal Daily Ein richtiger Daily Upload gemacht Also von Endymation Trolldown Wird wahrscheinlich jeder zweite Tag kommen Und Fortnite wird wahrscheinlich jeden Tag kommen Und... Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf Ähm... da habt ihr nämlich jeden Tag mal wieder ein Video Wie ihr es damals mal gehabt habt Da der mehrere Videos an einem Tag gab Da steht ein Nosekin Ich bin glücklich Komm her Er hat sogar einen Rauf gehabt Wahrscheinlich war das so ein Troller Das weiß ich Da hinten sind noch Gegner Müssen wir auch noch töten Alle hier töten an der Stelle Wäre auf jeden Fall schon mal nice Ist der runtergefallen? Ah ne Hit Sehr gut Hab den Hab den Bisschen Zeit hab ich ja Bandage schon mitnehmen Hochrein mit Minis Down Läuft eigentlich heute ganz gut Ist auch meine erste Runde die ich heute spiele An dem schönen Sonntag heute Moment Leute Da baut der Dude Down Hinter dem kommt noch einer Das ist ja... Doof eigentlich Der Typ kann den jetzt einfach schnetzeln Will ich eigentlich gar nicht Da Jauh boi Jauh boi Jauh boi Jauh boi Jauh Oh mein Gott Da unten Alter Oh mein Gott! Was ist das denn gerade? Was mache ich mit den Ge- Jo! Ja wahrscheinlich! Jo! Gönn dir den Headshot! So Leute, jetzt holen wir uns noch mal ganz kurz einen Stein aus Lassi, damit wir schneller vorankommen und dann, ich würde sagen, kann noch ein Gegner zu mir kommen, da habe ich gar kein Problem mit. Wir rasieren gerade echt ganz gut durch, muss ich sagen. 12 Kills, 7 Leute noch am Leben in Solo. Also das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Hallo euch gleich! Hallo! So, ich habe gerade nicht voll Kills herabschlafen. Willst du kurz zukommen? Ja. Hallo in die Runde! Keine Live-Streamer. Achso, ist kein Live-Streamer. Ne, ne, ist ne Aufnahme. Achso, wirst du jetzt nicht. Ne, ne. Wartest du noch eine Aufnahme. So. Ne, nicht wirklich, weil der war ja hinter dem Ding, äh hinter dem Baum gelaufen glaube ich. Ich habe ja noch gar nicht im Visier gehabt. Jetzt hat er die Schuze. Ja. Da, was ist das? Achso, wir müssen das mit F-A-S-F-A-S-T-A-R-S-T-A-R-S-T-A-R! So? Eigentlich wm! Ich f-A-S-T-A-R! Was? W-A-S-T-A-R! W-A-S-T-A-R! Ich hab gar nicht von so Pflicht gesehen hab Nene Ich weiß nicht wo er ist Ich weiß wo er ist Das bin ich nicht Das ist er Er macht Pyramiden oder was Ja Ist logisch Wieso? Macht es Sinn Wenn ich einen Boden platziere, kann er über diesen Boden, damit ich ihn nicht editieren kann Das war dumm von ihm Was? Er kann über den Boden Pyramiden Ja, klar Klar Ach was Das ist normal Das ist jetzt hier Mann, dieser Typ ne Also ist der ganz gut Angestellt Oh Alter Was ist los? Jetzt kommt Rockets nach uns geflogen Was ist das? Jetzt kommt Rockets Was? 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 Das ist ein Fallschaden Der eine ist verreckt Der gerade eben von mir war verreckt Oder hast du aber Glück gehabt jetzt? Ja Dass die den runtergeschossen haben Weil der war nicht krass Was? Aber die haben sich wieder von der Seite eingewischt Mal wieder Ja gut, das ist einfach Das hat dir geholfen In der Situation nichts Ich hätte aber auch schnell dran verreckten können Ohne Spaß Zum Glück habe ich mich da noch gesaved Vielleicht tot gewesen Okay Ganz kurz chillen Die Border geht gleich los Die müssen zu dir, ne? Die müssen zu den Border gehen Nein, ich bin noch am Warte Ich bin genau am Rand der Border Ja, also ein Feld weiter rüber bauen Und dann bist du in die Border Ja, das mache ich jetzt gerade So Wo sind die anderen? Die müssten doch außer auf das Border Ja genau, die sind doch außer auf das Border Der eine hat auf uns die ganze Zeit geschnipt mit seinem dummen Autosniper Ja, der ist ja hinten Ich habe 500 Materials halt nur noch Mit dem Salute Dem Salute Ich gönne mir dem Salute Ja Oh, der hat mich heute in irgendeiner Weise geschreitzt Der hat wahrscheinlich auch alles schon verbaut Ja, guck dir mal unser Palast an Ja, eh Oh Gott No, no Ihr Coward Oh Jetzt wird der Border aber eng Und es sind nur noch vier Leute Mit dir zusammen Fünf Leute mit mir zusammen Wir zusammen sind fünf Ja, ich meine also vier Leute Plus dich Mit dir So Boah Ich könnte Könnte ich jetzt nur mal nach das Tier rennen Dann hätte ich nur mal nen Mad Kid Aber das geht ja nicht Oh, ich möchte keinen Halt-Rocke-Sniper-Nin Den gönne ich mir nicht Den gönne ich mir nicht Oh mein Gott, Autosniper Ich kriege nen Anfall Ne, oder? Der kriegt die ganze Zeit Nein, der hat nen Autosniper Das ist nervig Der zielt wahrscheinlich gar nicht so wirklich Guck, der schießt einfach Ach Ja, ja gut Das machst du ja auch Oh nein Ich krieg nen Anfall Von wo? Von der Seite? Oh na Ach komm Ja, schon wieder von der Seite Ja Ja Ah Oh Das war ja Oh, das war ja Bitte Das war bitte Das war bitte Okay, also wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich ja über den Liken auch noch freuen influences inklusive trij und tschau Tschau Bye 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 Bye